Hallo, wie geht's euch? Heute werde ich mal ein anderes Video machen. Heute wird es ein Reaktionsvideo sein. Und auf was werde ich reagieren? Das Lied und das Musikvideo von dem Lied Atemlos durch die Nacht von der Sängerin Helene Fischer. Ich habe das Lied noch nie gehört, ich habe das Video noch nie gesehen, ich kenne die Sängerin wirklich nicht, aber ich habe ihren Namen in den letzten Monaten oft gehört. Wie ich schon in anderen Videos gesagt hatte, habe ich Deutschland in 2001 verlassen. Also kenne ich Helene Fischer eigentlich nicht so gut, ich weiß wirklich nicht, wer sie ist, aber ich habe gehört, dass sie sehr berühmt in Deutschland ist und sehr erfolgreich. Also fangen wir mal an. Ich weiß nicht, ob es Schlagermusik ist? Sie ist sehr hübsch. Ist das Berlin? Ich weiß nicht, ob das hier Schlager ist, aber ich mag Schlagermusik sehr, sehr gerne. Okay, dieser Teil hier im Auto, sieht man, dass es mit dem Computer gemacht wurde. Ich glaube, ich habe dieses Lied schon irgendwo mal gehört. Darf ich sie hören? Ich kenne sie wirklich nicht, aber ich glaube, ich habe dieses Lied schon mindestens einmal gehört irgendwo. Das Lied ist sehr schön und das Video ist auch sehr gut. Okay, diese Teile hier im Auto sehen komisch aus. Aber den Rest des Videos mag ich sehr. Hm. Ist Helene Fischer die neue Christina Bach oder nicht? Das Lied ist sehr schön. Das Lied ist sehr schön. Sie singt sehr gut. Ich muss mal Live-Videos von ihr sehen. Das ist wirklich das erste Video, das ich von ihr sehe. Und ja. Ich war schon immer ein großer Fan von Schlager, aber im Ernst. Ich weiß nicht wieso, aber ich mochte Schlager schon immer. Und schon vorbei. Ein wirklich schönes Lied und ein tolles Video im Ernst. Das ist das erste Mal, dass ich Helene Fischer sehe und irgendein Lied von ihr höre. Aber es hat mir wirklich sehr gefallen. Wenn ihr andere Vorschläge habt für Reaktionsvideos, lasst es bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich werde auf jeden Fall reagieren darauf. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat. Bitte drückt Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Das hilft meinem Kanal wirklich sehr. Wir haben schon die 8000 Abonnenten erreicht. Ich freue mich wirklich sehr und bin sehr, sehr dankbar für all die Unterstützung. Folgt mir bitte auch auf Facebook und Instagram. Die Links sind hier unter dem Video. Und ich bin sehr bald wieder zurück. Tschüss.